Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxes. Ich glaube ich sage so gut wie nie Hearts of Stone, weil eigentlich ist es ja nicht nur Witcher 3, sondern auch Hearts of Stone, aber ich denke wisst das auch so, ohne dass ich es jedes Mal sagen muss. Aber wie gesagt, hallo zu Hearts of Stone. Alter, warum ist es denn jetzt nicht so warm? Ich habe doch die Heizung abgedreht. 95 Grad, na Bruder, ich wundere mich schon. Moment. So, da habe ich die Heizung halber noch ein Stück abgedreht. Au, es wird langsam ab. Oh, es ist abends, es wird jetzt dunkler, die Sonne geht unter. Das ist ein geiles Licht auf jeden Fall. Gerade mit den Bäumen noch so. So, schließen wir aber erstmal das Quest ab. Hä? Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Hä? Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Okay. Ach nee, Quatsch. Für den muss man ja Jade holen. Für den ist es. Dich wiederzusehen ist mir eine große... Ja, ich weiß. Ich konnte alle Schemata finden. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Du hast meinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt. Nun, da ich Hilfe von einem Fremden in diesem barbarischen Land erfuhr. Nichts zu danken. Wirklich. Wie vereinbart, fertige ich dir Duplikate an. Das kann jedoch einen Tag dauern. Komm morgen wieder. Dann habe ich deine Belohnung bereit. Genau. Bis morgen dann. Macht nix. Wird eh gerade Nacht. Dann können wir... Dann können wir auch einfach jetzt bis zum nächsten Tag schlafen. Oder meditieren, besser gesagt. Sonne geht auf. Sehr schön. Dich wiederzusehen ist... Ja, ich weiß. Was? Reicht das noch nicht? Wollt ihr wirklich 24 Stunden haben, oder was? Oh. Sieht fast so aus, oder? Es wäre jetzt Spaß, denn irgendwas anderes zu machen in der Zeit. Ich glaube, es reicht immer noch nicht. Dann würde er wahrscheinlich da nicht mehr stehen. Warte, einen Tag, oder? Dich wiederzusehen. Boah, wir müssen echt 34 Stunden machen. Toll, da ist es dann wieder nachts. Moment, wir müssen bis 21 Stunden machen. Es war um 8, glaube ich, ungefähr. Ich glaube, es war um 8, ja, genau. Dich wieder... Sind die Duplikate der Schemata fertig? Ja. Sie gehören dir. Genau wie mein Dank. Danke. Und lebe wohl. Hat er jetzt eigentlich neue Kohle? Dich? Mal gucken. Was hast du aus Ofi? Nee. Passhaftig. Geh und... Gut, jetzt teleportieren wir uns... ...zum Kräuterkundler. Das war... ...hier. Dann sollten ja auch die Nachtstunden... ...sich wieder dem Ende neigen, wenn wir uns jetzt teleportiert haben. Oder schnell reisen, ist ja kein teleportieren. Dann vergeht ja auch Zeit. Wie viel ist es? Ja, oh Gott, 23.10 Uhr, okay. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier das Quest war, aber egal. Sei gegrüßt. Suchst du Kräuter? Medizin, um schüchterne Mädchen zu enthemmen? Einen Trank, um dir Mumm für eine zweite Runde zu geben? Das war's? Keine anderen Kräuter oder Tränke? Doch. Einer lässt die Haare sprießen, ein anderer tut das Gegenteil. Einer lindert Schmerzen, einer gebrochene Herzen. Sag mir, was dich plagt. Ich bin wegen den Auftrags hier krass. Den kann man sogar Quinn spielen. Das wäre unsere erste Quinn-Partie. Wir lesen aber erst bei... Wir hören dann auch bei den Rest an. Kennst du irgendwelche fortgeschrittenen Rezepte? Vielleicht etwas, das du mir beibringen kannst? Was ich weiß, hat mir Meister Gremist von Skellige beigebracht. Willst du bei einem Kräuterkundler in die Lehre gehen? Nein, ich will nur etwas Neues lernen. Nenn es wie du willst. Du musst über das große Meer zur Insel Arzkellig. Dort wird der weise Meister Gremist im Heiligen Hain beurteilen, ob du der richtige Schüler bist. Da war's doch schon. Gucken wir uns mal noch die Sachen an. Lass mich mal schauen. Gut, hast du vielleicht, was ich brauche? Alkohol-Hast hat er. Haben wir aber eigentlich selber genug. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wobei, vielleicht wird es auch schnell wieder verbraucht, weil das verwendet wird, um die Tränke aufzufüllen. Aber den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Also ich nehme mal das Alkohol-Hast trotzdem mit. Haben wir ja die Kohle. Immer noch über 50.000, obwohl wir ja erst letztens 5.000 ausgegeben haben. Okay, 711 hat er. Was wollen wir denn verkaufen? Schlüssel wäre irgendwie blöd. Silber braucht man glaube ich auch irgendwie für Alchemie. Für Alchemie, Punkt. Wir könnten halt das Bier verkaufen, aber habe ich gerade keinen Bock drauf. Nö, dann nicht. Ich bin wegen des Auftrags hier. Puh, ein Interessent. Endlich. Alle faseln von Armut, aber wenn es Arbeit gibt, sind sie ganz still. Die Leute sind faul. So sieht's aus. Komm zum Punkt, wenn's dir nichts ausmacht. Ja, ja. Tut mir leid, das Gerede. Ich mach mir eben Sorgen. So viel Zeit ist vergangen, ohne ein Wort. Mein Lehrling, Volkert. Ich hab ihn in den Totenwald geschickt. In der Nähe von Martin Feules Hof. Mir ist Handfaser ausgegangen, weißt du. Und das blöde Zeug wächst dort in Massen. Lass mich raten. Er ist nicht zurückgekommen. Ja, nein. Ist er nicht. Bitte finde ihn. Und bring ihn zurück. Gesund und munter. Der ist eh tot. Ich weiß nicht, wie oft ich schon solche Sachen verfolgt habe. Und der am Ende noch lebendig war. Es war immer so, dass die tot waren. Also ein, zwei Mal haben die vielleicht noch gelebt. Aber ich kann dir da leider keine Hoffnungen machen. Er wird wahrscheinlich tot sein. Es tut mir leid. Ich kann nichts versprechen. Aber ich kann nach ihm suchen. Irgendwas Auffälliges? Woran erkenne ich ihn? Lass mal überlegen. Tja, er ist ein Halbling. Wie, ich? Hat helles Haar? Reicht das? Muss es wohl. Bis dann. Da wird ja wohl kaum irgendjemand anderes sein. Ist auch nicht weit weg. Oh Gott, es ist weit weg. Okay. Jetzt müssen wir aber erst mal wegen Quint schauen. Ach nee, war Quint nicht hier im D-Menü drin? Ja. Wir haben irgendeine neue Karte bekommen. Aber, also wir haben mehrere neue bekommen. Aber irgendwas Neutrales auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht mehr was. Das Deck ist wahrscheinlich eh so stark, dass es scheißegal ist. Wir haben irgendeine neutrale Karten im Schatz. Alle Nahkampfkarten. Landkampf, Belagerung. Heldenkarten, Wetterkarten. Kartensammlung, alle Karten. Achso, das hier ist bloßes Deck, alles klar. Sonderkarten. Ah, das hier. Das hier ist es, oder? Gaunter Odem, Finsternis. Ja, die ist neu. Die ist neu. Nicht die Schatten. Das Licht muss man fürchten. Vier. Finde Karten mit dem gleichen Namen in deinem Kartensatz und spielst es sofort aus. Ja, das bringt mir nichts. Ähm, hallo. Ich hab, oh Gott, ich hab so lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob ich auch nur anderweise eine Chance habe. Ich will unbedingt ein paar Partien quenchen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, ich hab keine Ahnung, welche jetzt die stärkste war. War das mittlerweile meine stärkste? Oder war es immer noch nötige Königreiche? Ich weiß es halt echt gar nicht mehr. Ich glaube aber mittlerweile war das hier am stärksten. Ich spiel mal damit. Moment, steht das nicht da? Alle Karten im Satz? Stärke der Einheitenkarten 150? 146. Ja, ich nehm das mal. Wir haben klirrende Kälte, strömter Regen. Ich weiß halt auch überhaupt nicht mehr, was hier gebraucht wird gegen die jeweiligen Decks. Bundeskommandanten brauche ich immer, das weiß ich noch. Strömter Regen, strömter Regen, klirrende Kälte. Lassen wir beides mal drin. Bogenschütze. Heiler. Das ist gut. Das ist auch gut. Das glaube ich, ich kann alles davon gebrauchen, oder? Ey, hier bin ich total irre. Ja, ich lass es mal. Das war nochmal mein Fraktionsvorteil und... Spezialfähigkeit. Zieh eine Karte vom Ablagestapel deines Gegners. Anführefähigkeit. Okay. Ich bin am Zug. Okay, wenn der sowas ausspielt, ich glaube, ich brauche mir gar keine Gedanken machen, weil es einfach super einfach sein würde. Ich brauche einfach nur... Meine Karten ausspielen, wäre sowieso gewinnen, weil er einfach einen Scheißdeck hat. Simples Quint. Und nicht dieses komplizierte Quint-Spiel, was wir... Als Auskopplung haben. Wir haben halt so viele Zählereinheiten in dem Deck, deswegen ist es, glaube ich, so stark. Mein Gegner passt. Ja, ich habe schon gewonnen. Ich brauche gar nicht mehr gut spielen, weil die Gegner einfach so schwache Decks haben, dass es egal ist. Jetzt alle Karten ausspielen, Horn drauf, Bums aus Nikolaus. Ja, ich hole halt was wieder. Kann ich auch. Muss ich aber jetzt noch nicht. Was konnte der noch mal? Zerstöre die stärksten, das Gegner, wenn die gesamte Seite eine Nachkampfeinheit mindestens 10 beträgt. Ah, okay. So, und da hat er das Hund drauf und alles ist bingo bongo. Oh, er hat auch das Hund, aber er wird nicht viel verstärken können. Er hat 20. Oh, hilf euch aber an. Vor allem, warum spiele ich denn jetzt schon das Hund aus? Das ist ja merkwürdig. Blöde, er hat halt keine Nachkampfeinheiten, deswegen, ha, das ist ein bisschen scheiße, sehe ich gerade. Aber egal, dann werde ich die jetzt einfach so ausspielen. Und sollte er dann noch mehr Nachkampfeinheiten ausspielen, dann spiele ich einfach die klirrende Kälte aus. Oh, fuck, ich verliere. Scheiße, meine Arroganz hat mich wieder geschlagen. Äh, ja, wir verlieren, wie es aussieht, weil ich... Ach, nee, Moment, auch ich Idiot hätte ja noch... ...meine Fähigkeit einsetzen können, ich trottel. Okay, jetzt müssten wir halt schon irgendwas Geiles ziehen. Ach so, wir können irgendeine Aussuchung stimmen, dich Idiot. Ich dachte, wir kriegen eine zufällig. Vielleicht haben wir ja Glück und es reicht. Macht nichts. Wenn du das stärkstens, was er hat, dann gewinnen wir vielleicht doch noch. Gutes Wetter, ja, wir haben auch gewonnen. Oh Gott, peinlich. Aber wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Ist alles okay, ist alles okay. Es war peinlich, das Spiel, ich gebe es zu. Und wahrscheinlich wird das auch wieder Kalinka in den Kommentaren schreiben, wie beschissen ich gespielt habe. Aber es spielt keine Rolle. Gewonnen ist gewonnen. Ach, hat er ja eigentlich Karten im Sortiment? Nee, ne? Hallo. Wir haben fünf Eisenbahnen gewonnen, wieso das denn? Lass mich mal. Ich glaube, er hat keine Karten, ne? Nee. Bis dann. Gut, der Totenwald müsste ja eigentlich dort sein, wo wir... Ah ja, vielleicht sollte man seine Sachen zumindest mal durchsuchen, ob wir dieses Vitriol irgendwo finden. Verdammt, das scheint ja irgendwas seltenes zu sein. Kann ja nicht sein, dass wir immer noch mit Anfänger... Schlossen. Immer noch mit Anfängerschwalbe rumrennen, aber das sieht so aus, ne? So, ich denke mal, das ist da, wo wir waren. Also, ich dachte, das wäre der Totenwald gewesen. Ja, ich glaube, das ist, wo wir waren. Können wir ja trotzdem später machen. Ich würde jetzt erstmal die Quests machen, die hier in Nobigrad... in Oxford halt rumgammeln. Das war ja beides in Oxford. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, was ist jetzt... Ja, eigentlich ist egal, was näher dran ist. Wenn wir jetzt hier hingehen, dann können wir zum Hafen und dann da hin. Ja, dann gehen wir da mal hin. Gehen wir mal zum Hafen als erstes. Oder lassen uns zumindest hinreisen. Wir gehen auch wieder ein paar Stunden, es wird heller. Hexasinnen sind übermenschlich empfindlich. Wenn Geralt sich fokussiert, dann kann ich nicht weiterlesen. Hexas sind unfruchtbar, wie Zauberinnen. Zauberinnen sind auch unfruchtbar? Wusste ich gar nicht. Oh fuck, jetzt muss ich wieder dran denken, dass ich mit Yennefer und mit Triss versaut habe, weil ich so blöd war. Weil ich nicht wusste... Oh mein Gott, Mann. Ich will auch immer mit Triss zusammen sein. Ich habe keine Freundin. Ich habe es komplett verkackt. Vielleicht bekomme ich einen Blatt in den Wein. Ich weiß es nicht, aber... Ach, das ist traurig. Das ist echt traurig. Ich wäre so gerne mit Triss zusammen. Ich habe es verkackt. Fuck! Das kotzt mich gerade wieder an, dass ich wieder dran denken muss. Ich würde gar nicht hier rein. Ich würde gar nicht hier rein. Hallo? Ich habe deinen Freund gerecht. Ha! Ich wusste, du schaffst es, Katzenauge. Ich wusste es. Also raus damit. Wer war der Mistkerl? Ich will mein Geld abholen. Mistkerle. Brüder des Ordens der Flammenrose. Was hast du mit ihnen gemacht? Mit heißen Eisen verbrannt? Die Augen rausgerissen? Gehäutet? Nein, nur getötet. Ach. Stattlich und langweilig zugleich. Hier, Katzenauge. Dein Gold. Sollte für ein bisschen Extravaganz reichen. Das ist doch eigentlich ganz cool, Katzenauge, der Name. Du bist ein echt guter Kerl, Katzenauge. Danke. Und schon wieder mit neuen Freundinnen. Toll. Eichen? Da musst du doch mittlerweile wieder Geld haben. Uh, 791. Nice. Auf jeden Fall Kirschlikör, falls wir... Allraunlikör. Haben wir den nicht für irgendwas gebraucht? Mitnehmen. Dann Kirschlikör brauchen wir auf jeden Fall. Mahakama-Schnaps braucht man, glaube ich, um Zwergenschnaps herzustellen. Aber das ist egal. Boah, Zitronen war es, glaube ich, auch für... Wisst ihr was? Ich kaufe einfach alle von dem Schnaps. Ist doch scheißegal. Ich habe die Kohle. Das Zeug ist nicht wirklich schwer. Und vielleicht brauche ich es irgendwann. Ich könnte mir auch das ganze Essen hier holen. Fällt mir gerade so auf. Dann hätte man nämlich wieder verzehrbares... Wein... Weinot? Bratapfel. Weinot. Ich mach das jetzt. Backkartoffel. Ich will aber wissen, was. Süßes Brötchen. Hühnchen. Kartoffelspalten. Hühnerbein. Hühnerbrötchen. Gibt viel vom Huhn. Dörrobst. Na? Scholanfutter. Trockenfisch. Gegrilltes Hühnerbrötchen. Was ist denn der unlieblichen... Die wollen mir nicht erzählen, dass das andere ein rohes Hühnerbrötchen ist. Das ist ja mega eklig. Gegrilltes Schweinefleisch. Ausgenommener Fisch. Hätte ich schon mal einen ausgenommenen Fisch? Daran kann ich mich nicht erinnern. Schinkenbrötchen. Hammeleintopf. Hammelekeule. Aber die war nicht zubereitet. Pfeffer. Pfeffer. Der isst einfach so puren Pfeffer. Ach du Gott. Schweinefleisch. Gegrilltes Hühnchen. Ach das andere ist ein ungegrilltes Hühnchen. Das ist auch geil. Aber ich glaube es gibt keine Möglichkeit für uns die Sachen selber zu grillen, oder? Grilltes Hühnerbein. Gratendes Fleisch. Apfelsaft. Wasser. Und das müsste Kirschsaft sein. Ne Himbeersaft. Das Bier brauche ich nicht. Jetzt können wir... Achso haben wir jetzt überhaupt Sachen die wir an ihm verkaufen können? Wahrscheinlich nicht. Er hat einen Haufen Kohle und wir können nichts verkaufen, oder was? Halt maximal den Bierschrott, aber... Ach hier, er nimmt davon alles. Okay, aber... Vielleicht brauchen wir die Sachen, ja. Ja, ich glaube die Felle brauchen wir alle nicht. Die wiegen auch teilweise. Was war das? Wildschweinhauer. Ich habe Angst, dass wir die dann doch irgendwie brauchen, aber... Kaufen wir es uns halt zurück. Äh... Ja, wirklich viel krass Gewicht haben wir jetzt nicht losbekommen, aber besser als nichts würde ich sagen. Betritt die Kanalisation von Ochsenfort. Das ist ja jetzt das Hauptquest, was wir dann verfolgen würden. Aber das war es ja eigentlich auch, also... Ich wüsste jetzt nicht, dass wir... Sorge, die Jade... Genau, genau. Ich wollte aber eigentlich auch nochmal zu so den Schmieden gehen und gucken, was es da... So zu schmieden gibt, weil meine Ausrüstung ist ja eher schwach momentan. Ich glaube, ich muss hier rein, oder? Hallo noch einmal. Lass mal... Also den können wir an dem halt auch andere Sachen verkaufen. So, hat er irgendwas Interessantes? Meiste Rüstung brauchen wir nicht, haben wir zehnmal, deswegen können wir das ja auch verkaufen. Anfänger-Waffenreparator brauchen wir auch nicht. So, irgendwas Interessantes. Krass, dafür brauchen wir sogar ein höheres Level. Was brauchen wir da von Level? 36. Oh, Moment mal, hat er dieses Vitriol? Wie sah denn das aus? Amethystenstaub. Goldklumpen. Oh, ich weiß nicht mehr, wie Vitriol aus sah. Moment, muss ich mal gucken. Bis dann. Vitriol, das ist nämlich auch so ein Pulver, ich wusste es. Das ist auch so ein Pulver, Türkis. Türkises Pulver. Lass mal sehen. Das ist durchdrungener Staub, verdammt. Ist auch nicht die gleiche Farbe. Diamantenstaub. Scheiße. Er hat leider kein Vitriol. Schade, 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 schade. Er hat nochmal Saft. Handwerkszutat. Saft ist Handwerkszutat. Das klingt irgendwie was zum Trinken. Wir können aber eigentlich mal die Ignex, die wir kaufen, die große. So, und jetzt verkaufen wir erstmal alles, was wir nicht brauchen. Die Handschuhe. 2,19. 1,17. 3,47. Das ist sehr schwer. Versuche natürlich immer erstmal die schwereren Sachen und preiswerten Sachen zu kaufen. 146, fast 7 Kilo. 11 Kilo, aber auch 300 wert. Das gleiche. 1000 wert. 150 für knapp 3. 189. 164, Alter, das ist aber alles hier schon... Ich glaube, da ist es besser, wenn ich das hier für 11 Kilo verkaufe. Sortieren das mal. 104,5 Kilo. Verkauf jetzt einfach von unten weg. Scheiß drauf. Caroline. Stimmt, haben wir Caroline nicht nachgeguckt gehabt, oder was war da los? Wir haben Caroline nicht nachgeguckt. Aber es ist egal, weil es ist eh schlechter. Ist auch in Stufe 31 und wir haben Stufe 35. So, das ist auch sehr viel wert. Das kann er sich nicht leisten. Das kann er sich auch nicht leisten. Das kann er sich leisten. Die Zwergen, obwohl es ein Relikt ist, ist es nicht wirklich viel wert. 460, 174 können wir uns noch leisten. Er kann er sich noch leisten. So. Und jetzt schauen wir mal nach, was er... Ach ja, erstmal reparieren. Verwendete Ausrüstung reparieren. Okay, was haben wir denn da? Handschuhe. Ist irgendwas Besseres? Plus 7. Zweifach gesockelt. Handschuhe des Ordens der Flammenrose. Aber ist nicht wirklich viel besser. Will ich auch nicht von der Flammenrose so einen Schrott. Mag den Orden nicht. Die sind böse. Die machen Hexer oder die versuchen Hexer umzubringen. Anderlinge und so weiter und so fort. Handwerkzutat. Kriegen wir von dem hier vielleicht... Kann man hier irgendwie... Durchstrungener Staub, durchstrungene Scherbe... Kriegen wir hier vielleicht Vitriol her? Das wäre geil. Ne, sieht nicht so aus. Schade. Hose. Haben wir da irgendwas Interessantes? Ich glaube hier... Bärenhose. Das soll ja ein übelst geiles Set sein, wenn man dieses Bärenset komplett voll hat. Aber man hat eigentlich jetzt auch keinen Bock drauf, mir ein Set anzulegen. Was war das? Mahakama-Hose. Aber auch nur leicht besser. Ist auch nur von Level 39, sehe ich gerade. Leute, das können wir eh noch nicht tragen. So, Oberkörper. Angrenischer Küras. Schöner Name. Plus 4. Level 37 plus 39. Aber wie gesagt, da fehlen uns noch 2 Level. Und wir sehen ja, wir haben es jetzt gerade mal geschafft, in Hearts of Stone 1 Level zu gewinnen. Das heißt, wir brauchen... Sehr lange für ein Level, das lohnt sich also nicht. Bis dann haben wir wahrscheinlich eine Rüstung gefunden, die genauso gut oder besser ist. Krass, das ist eine Level 30 Rüstung, die ist sogar ein Tick besser. Aber es ist... Also wenn, dann will ich schon... Was wirklich geilere ist. Und am liebsten wäre mir eigentlich eine Waffe. Überlegene Bärenrüstung. Fehlen auch Zutaten. Plunder. Was ist denn das? Ein Heft, okay. Stiefel. Level 36. Stiefel des Erdenvolkes. Das ist schon deutlich besser. Für Stiefel plus 27 ist viel. Aber kann ich eh noch nicht nutzen. Was ist Verbesserungen? Oder Verbesserungen? Warum ist denn die Musik alle? Handkäse, Runenstein, Biroggen, Runenstein. Was ist das denn? Handkäse, Runenstein? Was macht das denn? Ein Biroggen, Runenstein. What? Egal, der hat nichts Geiles. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Und dann gehe ich nochmal zu einem Waffenschmied. Hier in der Stadt. Und danach machen wir dann das Hauptfest. Also, nächste Folge. Auf jeden Fall dabei sein morgen. Weil wir werden dann zum Hauptfest kommen. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.